ARD Text im Auftrag von Funk Nein! ARD Text im Auftrag von Funk Wie fühlt sich das an, gegen Marco Reus in der Führung zu liegen? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ganz schön frech von Nick. Er ist Schüler, kommt aus Verl und sagt, er kann unseren Kapitän von Borussia Dortmund schlagen. Hi Nick! Hi! Alles gut bei dir? Ja! Marco Reus, dir den als Kandidat auszusuchen, ist ganz schön mutig. Warum gerade er? Weil er schon früher mein Idol war und ich seit 5 oder 6 Jahren schon Dortmund-Fan bin und ich mach den immer. Du stehst ja auch schon in Fußball-Montur, spielst selber auch Fußball, wo und seit wann? Also ich spiele in Verl bei der D4 und seit ich glaube ich 5 bin. Und in deiner Mannschaft sind da auch ein paar BVB-Fans? Ja, die meisten. Gleich triffst du auf unseren großen Marco Reus. Er trainiert gerade auch schon drüben, ist gleich bei dir. Sag mal, wie nervös bist du denn? Schon sehr. Ja, hält sich noch in Grenzen vielleicht gleich, wenn er da ist, dann steigt der Puls noch ein bisschen, ne? Und worin du ihn schlagen möchtest, das schauen wir uns doch direkt mal an. Du hast uns nämlich ein Bewerbungsvideo geschickt. Hi BVB, ich bin Nick aus Ferle. Ich würde sehr gerne eine Schuss-Challenge gegen Marco Reus machen. Mal gucken, was er so drauf hat. Du sagst am Ende von deinem Video, mal schauen, was er so drauf hat. Gucken wir uns doch mal an, was Marco Reus so drauf hat. Das ist eine ziemlich coole Schusstechnik, oder? Ja. Solltest du heute mit deiner Schusstechnik gewinnen, haben wir was ganz Besonderes für dich. Und zwar einen Fußballkurs für dich und deine Jungs an der BVB Evonics Fußball Akademie. Das hört sich cool an, oder? Mhm. Und solltest du nicht gewinnen, gar nicht schlimm, dann haben wir noch einen kleinen Trostpreis für dich. Verrate ich dir aber dann, wenn es soweit ist. Ja. Okay. Und da kommt ja auch schon unsere Nummer 11. Marco Reus! Das Format von heute heißt ganz schön frech. Und der Nick, der fordert dich in einer Schuss-Challenge heraus. Ja. Glaubst du, er hat eine Chance gegen dich? Ja, ich denke schon. Ich habe mich vorher schon ein bisschen informiert und habe gehört, er kann auf jeden Fall kicken. Von daher, ja, ich glaube, er schafft auf jeden Fall ein paar Tore. Nick, du hast ordentlich trainiert, oder? Wie oft standest du in letzter Zeit im Garten und hast geübt? Äh, schon jeden zweiten Tag. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit ganz schön frech, Nick gegen Marco. Gut, er hat jetzt folgendes zu tun. Ihr habt 0,9 Versuche. Nick, du musst drei oben, drei unten, drei oben reinmachen. Kannste auch nacheinander, muss jetzt nicht in der Reihenfolge sein. Auf jeden Fall drei unten und den Rest oben. Du, Marco, du hast auch 0,9 Versuche. Für dich soll es ein bisschen schwieriger sein, weil dir müssen alle oben reingehen. Und kannst ja gucken, dass du so ein kleines Stückchen hinter dem Nick anfängst zu schießen. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Dann wieder Folge 2, los geht's. Let's go. Wo fängst du an, unten oder oben? Unten. Unten. Yes. Hart schießen. Ah. Wie fühlt sich das an, gegen Marco Reus in der Führung zu liegen? Gut. Cool, ne? Führt ja schon, ne? Oh, nice. Ja, zwei Treffer von neun. Die Fünfer sind ganz anders, ne? Als die großen, ne? Uh, knappe Kiste. 2-0. Ja, aber das ist ja viel zu einfach für dich. Das ist ja viel zu einfach. Du musst ja eigentlich auch mal oben machen, oder? Ja, jetzt den nächsten. Den nächsten machst du oben. Die nächste Kiste. 3-0 liegt sie vorne. Nicht schlecht, Nick. Ah! Okay. Kannst du auch mit deinem starken Fuß rechts? Ja. Das müssen wir auch mit links machen, okay? Ah! Ah, schade. Aber gut. Ich muss auch meinen linken ein bisschen trainieren. Erzählt nicht, ne? Ne. Erzählt leider nicht. Ah! Schade. Ja. Okay, noch zwei Versuche. Yes! Ist das dein letzter? Nein, ne? Ne, ne. Noch zwei. Oder? Er hat noch zwei, ne? Zwei hast du noch. Wenn du den jetzt machst. Dann hat er gewonnen. Dann hast du gewonnen. Ah, schade. Gut. 3-1. Marco, du hast drückt. Du müsstest jetzt beide reinmachen. Oh! Du darfst noch mal schießen, aber der Gewinner steht schon fest. Yes! Ja, sauber. Wow! Ich will den Heck noch einmal mit links sehen. Und nach oben. Das darfst du dir aussuchen. Ich glaube, oben ist schwerer. Deshalb. Ah! Schade. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es jetzt 4-2, oder? Ja. Er hat gewonnen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sag mal, wie fühlt es sich an für dich, gegen Reus zu gewinnen? Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Und du hast ein bisschen beobachtet, er hat sich recht gut eingestellt, ne? Ja, absolut. Man sieht, dass er auf jeden Fall Fußball spielt. Und er kriegt auf Fuß auf jeden Fall sehr gut. Er bewegt sich sehr gut. Von daher kann ich nur empfehlen, weiterzumachen, Spaß zu haben am Fußball. Immer auf deine Eltern zu hören. Das ist das Wichtigste. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Danke. Gerne. Und Nick, mit der Aktion heute kriegst du natürlich unseren Hauptgewinn. Das sind einmal Karten für dich und deine Jungs bei uns in der BVB Ebonic Fußball Akademie. Da kriegt ihr ein Training für alle zusammen. Und du kriegst noch zwei Karten für den Familienbock beim BVB. Also fürs nächste Heimspiel. Wow. Kannst du noch den Vater oder die Mama mitnehmen. Und ich bin mir sicher, du kriegst auch bestimmt das Trikot. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch unterschreiben. Auf jeden Fall. Natürlich. Und können wir noch ein Foto machen? Aber natürlich. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Das war's dann für heute. Mit ganz schön frech. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. BWEB MC-L смотреть in morally士 ability. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Los b訂eträiful. Bis zum nächsten Mal. Es gibt nur ein Foto machen. Bis zum nächsten Mal. NHC gibt da遊